Am 29. April 2023 veranstaltete die Firma Allsafe in Engen einen Mitmachtag zur Kreislaufwirtschaft. Es geht dort speziell darum, jetzt nicht das Unternehmen Allsafe in Vordergrund zu stellen, sondern einfach nur eine Plattform zu bieten, bei der wir eben unterschiedliche Akteure in dem Thema Wiederbenutzung von Dingen auf den Plan rufen können und dazu eben dieser Tag heute. Mit auf den Plan die Fachleute vom Engener Reparaturcafé. Sie kümmerten sich um die angelieferten Geräte und haben versucht, diese wieder flott zu machen. Das ist so ein Winkelschleifer, der den Geist aufgegeben hat. Ich habe jetzt gerade mal gemessen und mal geguckt, ob ich da finde, wo die Ursache liegt. Die Firma Allsafe legt selbst großen Wert auf ressourcenschonende Verwendung von Rohstoffen und bietet einen eigenen Reparaturdienst für ihre Produkte. Mit All-Change kann man bei der Ladungssicherung viel Geld sparen und man tut was Gutes für die Umwelt, indem man seine Ladungssicherungen, wenn sie defekt sind oder verschlissen, nicht wegwirft, sondern mit unserem All-Change-Service instand setzen lässt und damit ewig am Leben hält. Mit dem Thema Upcycling beschäftigt sich das Berliner Start-up Mut. Die machen aus wirklich Abfallprodukten neue Kleidungsstücke bzw. diese Taschen. Das sind hier zum Beispiel Kissenbezüge und da werden dann von Allsafe Gutband-Reste mit drangenäht und dann wird es verkauft. Flohmärkte sind und waren schon immer Orte, an denen gebrauchte Dinge eine zweite Chance erhielten. Somit war es mehr als folgerichtig, die Veranstaltung mit einem großen Flohmarkt zu kombinieren. Am Stand der hauseigenen Näherei wurden aus alten Jeans hübsche Taschen genäht. Kleine Täschle, also mit alten Jeans, machen wir alte, so kleine Täschle für die Mädels. Und dann machen wir auch die Mädels ein bisschen glücklich. Um auf das Thema Umweltschutz aufmerksam zu machen, war der BUND ebenfalls mit einem Stand vertreten. Selbst der Müllabfuhrzweckverband Rillersingen war mit einem Fahrzeug vertreten und informierte über seine Aufgaben. Am Ende des Tages bleibt zu hoffen, dass die Idee der Kreislaufwirtschaft, Produkte und Materialien so lange wie möglich im Umlauf zu halten, möglichst viele Menschen erreicht hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017